Hallo Hallo Wir spielen heute wieder Create Und wollen eine Wie heißt das gleich noch? Eine Samenfarm bauen Eine Sunflower Farm Eine Sunflower Farm bauen Damit wir ordentlich Zink herstellen können Zink 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 Das war's. So. So, damit sollten wir erstmal ordentlich was bekommen und ich glaube unser Tower ist sehr ineffizient. Okay. 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 Hm. Oh. 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 Hi. Hi. Was wollten wir jetzt? Oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Toll. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, wir wollen eine Sonnenblumenfarm bauen. So, wir wollen eine Sonnenblumenfarm. 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 So, jetzt geht's. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte eh irgendwann mal irgendwas mit Create machen. Und da hatte ich das online gesehen. Das war die beste Möglichkeit, sag ich jetzt mal. Einfach mal sowas auszuprobieren. Das war's für heute. Ja. Moin. Blümchen sind wichtig. Das war's für heute. Äh, ja. Also du musst dann zwar die Add-ons dafür runterladen, wenn's für Create welche gibt, aber sonst funktioniert das ohne Probleme. Und auf Moderate findest du das gesamte Pack dann. Das war's für heute. 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 Okay, viel Spaß. Das war's für heute. 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 Bei mir hat's für heute. Das war's 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 für heute. Okay. Okay. You should have to say to someone Pourquoi? Okay. You should have to say something from painting. Let's mask the answer. Let's mask the answer. wuish the answer. Let's mask the answer, I 갖고 it to a weekend. Don't mask the answer. You shouldn't let it 다른. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So. Das war's für heute. Das war's für heute. So. 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 Ich glaube. So. So. Ich glaube. Ich bau nämlich auch noch mal ne neue Farm. Untertitelung des ZDF, 2020 So 62 So 62 So 62 So 63 So 63 So 64 So 64 So 64 So 64 So 64 So 66 So 64 Das war's. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, viel Erfolg! Und was wird gejagt? Oh. Und was wird gejagt? Oh. 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 Ah. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. 3, 4, 5, 6. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. 4, 5, 6, 7, 8. Hi, willkommen zurück. Ich baue eine Monster Farm, eine neue. Und oben fährt jetzt gerade eine Sonnenblumenfarm durch die Gegend, damit wir ordentlich Produktion bekommen. Und das Problem ist, dass wir in einem Biom sind. Was, äh, was leider keine, äh, wie heißt das gleich noch, äh, keine, äh, kein Planes Biom ist, wodurch wir keine Schafe und so weiter bekommen, was relativ nervig ist. 5, 6, 7, 8. Die, 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 die Sollte So, jetzt kommt die Kaffee in die Kaffee. Okay. Da kriegt man ja Panik bei. Panik. So, dann gucken wir mal nach der Sonnenblumenfarm. Ob die schon je was produziert hat. Nö. Okay. Aber die fährt jetzt hier im Kreis und entleert sich automatisch und damit erntet die ab. Und die ist automatisiert, das heißt die läuft selbstständig. Okay. 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 Das war's. Das war's. So, das dauert echt mit dem Bauen. So, das war's. 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 Okay. Schuss! Oh, oh. 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 Oh.